Es ist so empfindlich, heute ein Auto abzustimmen, speziell jetzt auf dieser Strecke durch die flachen Flügel. Tuero steht draußen. Und wenn man eben ein Qualifikationstraining dann mit... Man hält doch die Hand auf, um sich vom Kies zu schützen, das da geflogen kommt. Tja, also für alle Michael Schumacher Fans, gerade auch die Motodrom, die durften ganze fünf Mal...